Vielen Dank! Ich kann jetzt schon sagen, die Message ist angekommen. Das sieht beeindruckend aus und macht absolut Spaß, damit arbeiten zu müssen. Und was schon sagen, ist keine Arbeit. Was ich jetzt erzähle, muss ich eigentlich gar nicht erwähnen. Ihr wisst es selbst, die Show ist mehrfach verschoben worden. Es hat teilweise abstruse Züge angenommen. Desto froher sind wir, dass wir jetzt hier stehen können. Ja, und mit euch gemeinsam das Summer Far Beyond Jubiläum hier auch feiern dürfen. Man kann der Geschichte ja auch was Positives abgewinnen. Das ist so ziemlich die größte Lügenphrase, die es gibt. Es gibt nichts Positives. Aber wenn ich dir etwas Positives abgewinnen wollte, dann könnte ich behaupten, dass wir alle Zeit gehabt hätten, uns auf die Show besser vorzubereiten. Wie wir sehen können, die meisten hier auf der Bühne haben es nicht getan. Deshalb wir dummerweise, oder glücklicherweise für euch, die Nummer, die jetzt kommt, leider Gottes nur mit Klavier und Gesang performen können. Die anderen schämen sich, dass sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und schmollen derweil in der Black Chamber. Dankeschön. Musik Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, so kann's gehen. Ich hab alles auf eine Karte gesetzt und alles verloren. Jetzt muss ich den Dreck irgendwie wieder aus dem, nee, die Karten wieder aus dem Dreck ziehen. Too late for me, in my hands if I so fall, but I feel now we see me. Das war's für heute, in my hands if I so fall, but I feel now we see me. Ich hab noch mal 30 Jahre. Das war's für heute. 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 Show me that I'm you Cause just will you want someone at all? No, no time in bed I'm buried from sin to rain The darkness in me They're smelling me with pain There's no way to torment For eternity There's no way to torment I'm buried from sin But the light is so scared I'm buried from sin The light is so scared Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020